Bisschen mehr drehen! Bisschen mehr drehen, Leute! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video! Ob das heute wirklich ein Video wird, das wissen wir noch gar nicht, weil ich bin auf dem Weg zu Comedian Extra und ehrlich gesagt weiß der nicht, dass ich heute ein Video mit ihm machen möchte, weil eigentlich sind wir für morgen ein Bild, um morgen ein Video zu produzieren. Aber ich habe mir gerade gedacht, ich halte einfach mal die Kamera drauf, ohne dass er weiß, dass ich die Kamera drauf halte. Also ich mache quasi einen Vlog, ohne dass er weiß, dass ich einen Vlog mache. Also es wird quasi sehr authentisch. Genau, Stunde 50 liegt noch vor und dann sind wir da und dann schauen wir mal, was so geht. Aber boah, ich habe noch eine Intro im Petto. Ja, ihr könnt ja auch dieses Intro mal bewerben. Wie findet ihr das? Hallo! 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 Wie geht's mit mir ab? Echt oder oder? Danke. Und dann récup setzt euch noch ein 주고 %. Ja,ılairem! Ja zu Bienen! Da geht's an! nahmeeben in Stande! Wie geht's denn für Eurema! schools farmers,gruppe, etc! da muss man ja treten ganz geil? voll geil das war es schon oder was? ja leider ich glaube der untere Partner hat zuerst Mittag immer auf ähnliches ja das ist der Coolie eigentlich da gibt es noch ein drittes Mal es gibt drei Kurven oder was? ja komm 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 aus in Allgäu also ich habe es gehalten also ich habe es gehalten cool send es ist nicht einfach geil ich habe die Wurzeln jetzt auch gehört so send or die bist du ungeblieben? dann hat es uns gehalten man kann nur weiter davor abspringen aber wenn es halt trocken ist man kann es volldappeln wenn wir jetzt gleich über den volldink weg sind ja danke das war krass es gibt schon geile Lines habt ihr hier das ist echt cool ich darfst du keine runterkommen keine Tactical Detection Stefan wie steil ist es? auf einer Skala von 1 bis 10 10 fuck Städtenoreo irgendwie Leo bleib mal hier nicht vorfahren hier bleiben lass den Stefan das probieren Hi guys my name is Stefan und hier ist ein Jacket der fährt rechts Chee Chee Pass auf ich zeige dir wie ich es machen würde Leo, bleib mal hier komm mal hier du stehst im Weg rum also ich würde links fahren Außenrum, ich werd verrückt! Sick, oder? Der kleine. Oh, weiße Schoes, weiße Schoes in danger. Und jetzt kommt die Abwechslung. Und jetzt kommt die Abwechslung. Und jetzt kommt die Abwechslung. Wow! Das ist ein bisschen. Wow! Das ist ein bisschen. Wow! Wow! Das ist ein bisschen. Ja! Kann ich nicht mehr mithalten. Das Schöne ist eigentlich, dass das Alter keine Ausrede ist, wenn man Greg Me Now mit 39 Jahren Weltcup gewinnen sieht. Die erste Linkskurve hat einen schönen Drift drin. Was erwartet uns auf diesem nächsten Abstück des Streckenverlaufs an der Mountainbike-Strecke? Sehr rutsig, laubbedeckt, ein kleines Mini-Road-Gap. Ist aber alles fahrbar. Monika, man kann ja zur Kenntnis-Kennung abrollen, aber von der Hochstück kann ich nicht. Wenn der Corby sagt, es ist abrollbar, würde ich mich immer mal um Stefan absprechen. Ich will halt nie in Fahrt. Aber die ist natürlich nicht. Echt? Ja, aber du kannst langsam drüber trainieren. Auch nicht. Ich mach nie Fahrt, ich bin Guide. Oha, Pfütze! Ey, mein Hund ist schöner als Robinian Engster. Hey, das war ein Shortcut. Nein! Ich bin mir gerade nicht verraten. Ich kann nicht direkt fliegen wollen. Achtung, Jogger! Jawohl, sorry! Ey, Moni, springst du das jetzt? Ja! Echt, oder? Ja! Boah, zick! Darf ich filmen? Ja! Ja! Ich bin mit alles zusammen! Stoke-Level ist hoch! So! Bitte! So, the pressure is on. Wir haben gesehen, die sind normal gesprungen. Ich probiere das Ganze jetzt einfach mal im Manual Landing. Ich will ja mal kurz schreiben, ob ich das schaffe. Oh, nee! Habe ich noch gekriegt! Was hier? Oh! 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 Oh, der tut das jetzt so cool ist! Entschuldigen Sie! Entschuldigen Sie! Entschuldigen Sie! Hey, was hast du Angst? Wie kommt die Räule? Ja! ich habe keinen fuß mehr im pedal. der ist so krass gesendet, der hat sein geschirr gesprengt Diggi, du hast dein geschirr gesprengt. die kurve war auch schwer zu fahren. am lind hatte ich keinen fuß mehr am krieg. ich bin nur auf dem fersen gestanden. die highline ist wirklich genau geworden. mittagspause. der korvi hat eine banane dabei. der stefan hat gar nichts dabei. der wird sich nicht immer vom korvi durchfüttern. und wir haben eine quinoa bowl dabei. made by dave mcbane. was schmeckt dir die bowl? schmeckt super. vielen dank euch auch. dave mcbane hat es gemacht. meine damen nur frische brüdele. der geht ab! der macht jetzt ein 360. so die kamera läuft. Torbinian Engstler! der war schön. muss ich gestehen. der war ein schöner dreier. stefan, 3-6? ne auf die brust! auf die brust! der kommt! es kann nichts passieren, oder? nein nein! komm! alles safe. alles safe. yeah! nice! we saw just a very nice suicide in no hand. yeah! we'll see! stefan in the house. bisschen mehr drehen. bisschen mehr drehen, Leute. das war fast schon ein bisschen cool. Nein! Janja, ja! nya, ja, ja! fach! ja, ja, ja! Ja, geil. No Hand Landing. Ein bisschen komisch, aber... Alter, geil. Ja, das ist easy. Das ist ja auch krass. Du hast ja keine Hand und in der Luft nur hinfassen und dann stoppen. Oh, das ist ja. Jasper, komm an! Ja! Alter, einmal! Danke, Kobi! Danke, Mann! 3, 2, 1... Oh, fuck! Ja! Boah, ich schieb runter, ey. Jetzt ist mir alles zu viel. Hey, geht's, oder? Hey, geht's, oder? Die sagen... 1! Okay? Drop it in! 3, 2... 2, 3... 2, 3... 2, 3... Das stimmt gar nicht. Wir waren bei Korbi im Wald. Das war der Vlog, von dem wir nicht wussten, ob es ein Vlog wird. Weil ich ja quasi einfach gevloggt habe, ohne Korbi zu fragen. Ist ein Vlog jetzt nicht. War ein Überraschungsvlog sozusagen. Aber was mich interessieren würde, ist, welche Formate ihr euch mit diesem jungen Spritzer hier vorstellen könnt. Weil wir haben tatsächlich Lust, ein bisschen zusammen zu jibben. Und wir haben noch nicht so richtig die Idee, die zündende Idee, was man zusammen machen könnte. Weil Sender TV gibt's schon. Challenges ist ein bisschen schwierig. Vielleicht können wir uns gegenseitig was beibringen. Zusammen kochen oder so. Kochen, habe ich auch schon probiert. Schaut euch mal in die Kommentare, was ihr denkt, was Korbi und ich machen könnten. Ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Und morgen machen wir auch nochmal ein Video, das heißt, da habt ihr keinen Infos drauf. Aber dann aufs Nächste. Servus! Ciao! Achso, was müssen die Leute machen? Abonnieren. Abonnieren. Glocke aktivieren. Abiletschenbergland gibt's auch. Liken beim Jasper, kommentieren und... Genau. Und schaut beim Korbi vorbei, da hat nämlich auch einen Kanal. Kleinen Kanal. Servus!